servus liebe world of warcraft freunde und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal teil 4 der erfolgsreihe für das schlachtzugs reittier aus schloss natria heute mit konstrukteur xymox und dem erfolg privat vorrat ich erkläre euch was ihr tun müsst und was alles zu erledigen ist damit ihr euch den erfolg snackt und wenn ihr alle erfolge habt gibt es eine nette fledermaus als mount wenn euch das video gefällt lasst ein like und ein abo da und aktiviert die glocke würde mich sehr freuen und damit starten wir rein bevor ihr euch den erfolg holen könnt und den boss pullt müsst ihr euch drei items besorgen und die findet ihr in dem vorraum das ist einmal da auf der rechten seite beim roten mark links bei dieser statu und auch noch links neben diesem banner die genauen koordinaten dafür könnt ihr auch sonst noch mal nachlesen ich habe es leider versäumt noch mal genauer auf die dinger zu filmen die jedes item muss von einem spieler aufgesammelt werden und diese spieler dürfen nicht sterben wenn ihr diese items im raid habt entstehen diese grünen kreise am boden oder entsteht so ein grüner kreis am boden und in der mitte des raumes taucht eine kugel auf jetzt ist es so dass der range spieler das portal in diesem kreis ablegt der erscheint das ist immer so ungefähr in jeder phase 1 des bosses also von 100 bis 70 von 70 bis 40 und von 40 bis 0 also wartet mit dem rüber prügeln in eine andere phase bis ihr dass diesen kreis abgelegt habt also um noch mal darauf zurückzukommen ihr seht das auch gleich noch mal genauer weil ich die fähigkeit noch mal bekomme der mili spieler geht mit seinem portal in die mitte zu dieser kugel die das bond in diesem markierten bereich jetzt rechts neben mir dort klickt er die kugel an danach kann er sich nicht mehr bewegen und ist ja fest gewurzelt der range spieler bringt das portal in diesen kreis rein so dass wenn die portale gelegt sind der mili spieler in diesen kreis teleportiert wird und da die kugel abgibt und das ist das ziel dieses erfolgs dass ihr drei ich glaube anima erinnerungen heißt es zurückbringt sozusagen so jetzt seht ihr da in der mitte diese blaue kugel liegen und rechts hinter dem portal das ist jetzt interessant für die nächsten portale das kriegt jetzt wieder ich rechts neben mir ist die blaue kugel hinten links der blaue kreis ich lege das portal da ab der mili spieler klickt die blaue kugel wird hin teleportiert und ihr seht jetzt von dem addon iat den ausruf dass die anima seele zurückgebracht wurde und das ist der erfolg im besten fall aber wie gesagt das funktioniert nur wenn wirklich drei spieler diese items aufgenommen haben jeder eins wir haben es so gemacht dass diese items in dem raum vor dem boss heiler aufgenommen haben einfach aus dem grund ein healer kann sich notfalls auch noch mal selber gegendrücken und heilen denn die spieler mit diesem item dürfen eben nicht sterben ansonsten gibt es keine kugeln und nicht diese flächen woher die kugeln dann ablegt jetzt haben wir zwei kugeln abgegeben heißt wir müssen jetzt noch in die dritte phase pushen die erste laufphase könnt ihr dabei ganz normal spielen vorher spawnt die kugel noch nicht also dieses erste mal ranziehen erst danach müssen die portale sowie eben angesagt abgelegt werden an den positionen habt ihr auch gesehen woher die kugeln ablegen müsst die erste war hinten rechts im raum die zweite links neben dieser fläche und die dritte ist jetzt ungefähr so rechts am bildrand von da wo wir jetzt stehen seht ihr aber auch gleich noch mal jetzt ist das ranziehen da spielen wir ganz normal mit einem raw laufen dagegen an und erst jetzt ist es wichtig wie die portale positioniert werden ihr seht jetzt da links die weiße fläche da muss der range sein portal ablegen und in der mitte da ist die weiße kugel da so links jetzt wo die nameplates waren und jetzt müsste gleich auf ploppen soll jetzt kommen die portaler ist auf einem spieler der geht dahin der mili ist bei der kugel hat die angeklickt ist jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen portale werden auf den boden gepackt spieler teleportieren und zack wurde die anima zurückgebracht und wenn das erledigt ist dann könnt ihr auch den boss umprügeln cds ziehen kampfrausch umhauen der erfolg gehört euch wenn euch das video gefallen und geholfen hat lasst mir gerne ein like und ein abo da würde mich sehr freuen und ja ich bedanke mich an dieser stelle fürs zusehen es wird heute noch ein erfolgsvideo online gehen und die erfolge zu den restlichen bossen erscheinen dann alle innerhalb der nächsten woche so dass ihr dann auch los ziehen könnt wenn ihr das lust habt mit eurem raid um euch euer mount zu holen wie gesagt ich bedanke mich bei euch fürs zusehen wünsche euch noch einen wundervollen sonntag bleibt gesund und reingehauen reingehauen